Musik Neuer Tag, neue Untersuchungen. Wir kommen gerade aus der Radiologie, aus dem Rissener Krankenhaus und ich bin gerade in die Runde gekommen, habe da erstmal kurz eine dezente Platzangst geschoben. Ich habe da erstmal so einen Helm auf den Kopf gesetzt bekommen. Als ich mich reinschob, musste ich direkt erstmal wieder raus, musste mich erstmal hinsetzen, musste erstmal ein paar Mal tief Luft holen, weil das so eng war. Dann dazu dieser drückende Helm auf den Kopf, bin ich gerade nicht klar gekommen. Ja, zumindest habe ich es ganz gut überstanden, nachher ohne Helm. Hat sich mal gesagt, die Bilder werden dadurch ein bisschen schlechter, aber das habe ich dann mal in Kauf genommen. Ja, was kam bei raus? Mein Arzt vermutete ja Bandscheibenvorfall C6, C7 so auf der Höhe. Rausgekommen ist jetzt, dass ich einen leichten Bandscheibenvorfall C5, C6 habe. Ich habe jetzt noch nicht weiter mit dem Herrn aus der Radiologie gesprochen habe. Er sagte nur ganz kurz, pass auf. Das und das habe ich da gesehen. Alles weitere soll ich doch bitte mit meinem Orthopäden besprechen. Der Verlauf, was wir jetzt machen können und so weiter. Den Befund habe ich auf CD. Was heißt das jetzt für mich? Für mich heißt das jetzt, nächste Woche Montag bzw. Dienstag, je nachdem wie schnell ich einen Termin bekomme, beim Arzt, beim Orthopäden einmal zum Orthopäden zu gehen. Jetzt im weiteren Verlauf mit dem zu besprechen. Heute habe ich, ja, mit Schmerzmedikamenten so ein bisschen mit Dramatol gearbeitet. Helfen tut das alles nicht so richtig. Ich habe vorhin zwei, drei Stunden gedacht, dadurch einfach nur ganz gut geschlafen. Ansonsten, ja, kann man nicht ganz so viel machen. Das ist einfach jetzt gerade ein bisschen aushalten. Ruhe, den Körper einigermaßen schonen. Ja, sich von der Frau bedienen lassen. Und Stress vermeiden. Das ist ganz wichtig, hat der Arzt mal gesagt. Und genau, in diesem Sinne, danke für den Zuschauen, wann immer ihr das Video auch seht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Viel mehr gibt es für heute nicht zu sagen. Dankeschön. Bis dann. Danke.